Mein Traum ist es, kaputte Spielzeit zu reparieren. Mein Traum ist es, Miss France zu werden. Na los, allesamt aufwachen! Ich bewerte mich als Miss France. Aber er ist Junge. Gut beobachtet, stimmt genau. Ich brauche Hilfe. Wobei kann ich helfen? Na, Miss France zu werden. Nein, das meine ich ernst. Okay. Wichtiger als der Körper ist der Geist. Ich fühle mich stärker als Frau. Drei, vier, viva! Sie hat dich fast erklärt. Du siehst aus wie das Schaf meiner Tante Riesche. Lass dich nicht mal rein. Und das üben wir jetzt. Einatmen, Luft erhalten. Bekomme ich dafür eine Erklärung? Es gab keine in meiner Größe. Sie haben welche bis 41? Ich habe 42. Zeigen Sie uns, wie Sie Wein trinken. Nein, weiter unten. Ich kriege ein paar Millimeter. Wissen Sie, was den Unterschied zwischen dem Außergewöhnlichen und dem Gewöhnlichen ausmacht? Ein paar Millimeter. Du bist keine echte Frau und du wirst auch keine sein. Niemals. Ich dachte, du wärst ein bisschen stolz auf mich. Aber ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Aber auf dich, wie du wirklich bist. Du gibst jetzt nicht auf. Du gehst ins Finale. Wir kommen zur 52. Wahl der Miss France. Ich liebe Kinder und Behinderte. Nein, nicht Behinderte. Warum bewerben Sie sich als Miss France? Um jemanden zu werden. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf. Jesus ist auf mich.